Okay. Einfach nur für C4, man. Go go out! Ja, ich dachte du machst das im Flug, Junge! Ja eben, Junge, landen! Na, dann bin ich halt rausgesprungen. Ah, da ist er ja. Du siehst du, da ist er doch. Geht doch. Du stellst halt den Affe hier drauf ab und dann ist es gut. Ich kann leider nicht reparieren. Ja, okay. We can show and check the Affe. So, ab nach C. Okay, höher! 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 Du bist ja noch da ganz oben, Alter. Kein Schatz! Fliegt, du Lütze! Doch! Wir werden anvisiert. Wir werden anvisiert. Ja. Okay, läuft, läuft, läuft. Wo ist Anreli? Wo ist Anreli? Weißt du? Weck der Seite! Geh ihm! Kann ich nichts gegen machen. Ja, ich gebe ihm. Ich gebe ihm und er ist er weg! Ich bin jetzt auf der linken Seite. Der eine, Bram hochziehen! Ah, okay. Alles klar. Der ist auf dem Dach gelandet. Ich bin voll scheiße, dass man nicht mehr mit der Maus nach rechts gucken kann. Da rechts, rechts, neuer Heli. Der hat uns auch anvisiert. Ja, aber der hat ihn nicht geschossen. Der ist auch noch zu weit weg. Aber der andere, die hat ihm auch einen gegeben. Muss ihn sehen. Das ist aber richtig weg. Sehr gut. Ich muss einfach mal abschmatzen. Oh oh. Oh oh, ich muss anladen. Wechsel? Wenn du hattest. Ich muss anladen. Ja, ich schieße, ich schieße. Ich schieße. Ich sehe den nicht. Du musst mir ungefähr sagen, wo lang ich bin. Der ist hinter uns. Der ist hinter uns. Alter, wie viel Fristen der. Der rennt fliegt ja immer nur rum. Ich habe nur getroffen. Der ist jetzt auf Christian Seite, aber zu der hat er geflogen. relativ zügig. Ich finde es so scheiße, dass man mittlerweile nicht mehr umswitchen kann mit der Sicht. Also sich umsehen kann. Da unten ist er. Der repariert unten auf der Straße. Ja, so ein bisschen weiter. Hoch, 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 hoch. Jetzt ist er auf meiner Seite. Jetzt ist er hinter uns. Ziemlich genau hinter uns. Jetzt Christians Seite. Ja, ich schieße drauf, aber aua, aua. Achso, jetzt sehe ich ihn wieder. Jetzt gehe ich gerade aufs Maul. Wieso kriege ich denn aufs Maul? Zu hart aus. Es gibt es ja nicht. Ich halte voll auf den. Ich muss nachladen. Bram, wechsel die Seite. Alles klar, Jungs. Hinter deiner Seite. Ja, ich sehe ihn. Oh, da ist alles abgekriegt. Der ist kopfüber, Junge. Nice, Mann. Zehn. Hat er war. Hat er war schön. Hat er schon drauf? Wir werden es schon im Ladebüschchen. 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 Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Die Idee war. Wir haben einen vollen abgekriegt. Wir haben einen kleinen abgekriegt, ja. Welcher Noob hat sich denn das noch quer gekriegt? D! D! Wen geht! Okay. Ah! Hab ich nicht mehr geschafft. Und dann? Bei unserem Typen? Beim i4? Ja, ja. Bei i4. C! E halten! E halten! Da kommt ein Tank! Scheiße, ich bin immer noch Assault! Fuck! Ich bin Medic! Fuck! Ich bin auch Medic! Schießer, ne? Du bist Schießer? Das ist Tank! Da ist der Tank! Da ist der Tank! Ich bin tot! Oh Gott! Oh Gott! Ich bin auch tot. Jetzt wechsel ich mal meine Klasse. Kann ich nicht rein? Was ist das denn? So, ich bin jetzt Support. Vehicle Hit! Ja, komm schon! Ja! Bei eh noch gespawnt! Oh, der schießt auf mich. Der ist down. Was hast du gesagt Hardy? Wieso habe ich dafür keine Punkte gekriegt? Was ist denn? Ich habe mich gerade immer gefragt, was denn jetzt los ist hier. Irgendwie ist mein Sock. Oh! Wir spielen COD. Stürz. Genau, wir spielen COD. Ja! COD 4 Beta spielen wir. Oh! Battlefield 4 Reagate! Battlefield 4 Reagate! Alles klar Jungs! Das war gut! D! Was kann man öfter machen? Kann ich mal vor dich Muni, damit ich die beim Laufen einsammeln kann. Hier ist deine Ammo! Pick it up! Ach ne, lol. Die Muni hat ja keine Sprengstoff-Sachen mehr, ne? Ne, nicht. Oh, das ist kass. Schmeiß mal eine Grenade hoch, sagst du? Alles klar. Au, 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 au. Oh, der läuft ja noch wieder. Leuer, an dem ich voll vorbei gelaufen. Oh! Auf der anderen Seite liegt auch an der Mülleimer. Am Mülleimer! Ja, Granate ist draußen. Ja, ich glaube, die hat gut getroffen. Ah, der ist weg. Ich bin grad ankommen. Da oben am Dach landet gleich einer. Oder? Äh, noch hat er sie nie entschieden. Aber der ist noch in der Luft. Wo gehen wir jetzt hin? Ab nach C. Das Gebäude kippt gleich. Sehr gut. Ich muss erst jetzt sagen, ich finde das Gebäude kippt ein bisschen zu leicht um. Ach, naja. Ich finde, man kann viel zu leicht am Anfang, also binnen der ersten 5-6 Minuten, da versorgt dass das Ding umkippt. Das sollte... Dann brauchst du da aber auch ein paar Leute für. Also zu zweit ist das schon schwierig. Zweit reicht die Munition nicht. Hast du da Aufzug? Aufzug. Ich nehme den anderen Aufzug. Warte. Ah, wir hätten da draufgedrückt. Kommen wir uns C. Kommen wir auf dem Dach, was? Alles klar, Jungs. Das war da oben weggeschickt. Ja, aber einer steht hier noch. Einen haben wir noch. Oh, wir haben ein Dach drauf. Der Heli hat Leute abgeworfen. Die sind auf dem Dach da, wo wir mit den Aufzügen hochgekommen sind. Leute, ich bin bei Hardy im Squad. Haben wir ein neues Squad aufgemacht? Ja, kommt mein Echo. Ihr kommt lieber hier rein. Ja, wir sind aber zu zweit. Wieso? Seid ihr denn so Nubis? Ich bin automatisch geswitcht worden, ne? Ja, ja. Wir haben nur noch B. Heli? Äh, okay. Kann ich nicht, ist voll. Ich kann reparieren. Ich kann jetzt raus springen auf C. Dann kannst du mitjohnen. Das ist ne verdammt gute Idee. Wenn du nicht daneben springst. Das war nice. Lass da, ab zu dir. Go, go. Alter Vater. Ich komm mit. Boah, jetzt sitze ich im Heli drin. Wer sitzen hier noch drin? Ich sitze auch drin, aber ich fliege nicht. Ich sitze hier nur in so ner blöden Stelle. Boah, Hardy hat noch nicht gesehen, wie das Gebäude einstürzt. Ey, wir müssen mal das Gebäude zum Einstürzen bringen. Ups. Ach, ich bin Chef. Oh Gott, jetzt hab ich das falsch angesehen. So, jetzt gehen wir mal den Tank, der da aufgesteht. Oh ja. Okay, jetzt abspringen, Hardy. Hau! Okay. Ich glaube auf Leertaste. Oh, ich muss hier weg. Hinter uns. Oh. Der hat drei Leute von uns weggeholt. Super. Ich bin supporter. Okay, das war der Krise jetzt fehl. Der Heli-Flieger kann nix sein. Aua, ich bin weggefickt worden. Da oben auf dem Ding ist jemand abgesprungen drauf. Ja. Ja, sehe ich auch gerade. Oh Gott, jetzt unten drin bin ich durch die Plastiker gefallen. Ne, das ist super. Lay low. Dann können wir dir joinen. Ja, ja. Okay, perfekt. Alles klar. Äh, haben wir... Sollen wir nochmal einen AC-Ansucht versuchen? Aua, ich bin direkt weggefickt worden. Da läuft einer noch rum. Der ist down. Ne, der ist jetzt down. Okay. Äh... Oh, da war's Gebäude in Abgang. Ja! Ha, die guckt mal nach C. Ja, sofort. Ja. Lass doch ruhig Zeit. Ja. Hahaha. Ja, geht jetzt gerade nicht. Wieso denn? Ich muss nur eine Tastiker umstellen. Oh Mann. Gebäude stößt noch gar nicht ein. Komm, Lamat. Der hat gar kein... Der hat das Geräusch gemacht. Ach so. Der hat ein Sturzgeräusch gemacht. Auf dem gegenüberliegenden Dach ist wieder einer. So. Jetzt bin ich... Bei wem bin ich denn hier? Bei Christian habe ich geschossen. Au, au, au! Scheiße. Au, au, au! Ja, irgendwer hat mich da krass beschossen. Au, au, au! Da oben rechts... Da oben rechts sind mehrere drauf. Ach, scheiße doch mal! Hahaha. Da oben sitzen sie. Ich geh mal jetzt mit dem Aufzug nach oben. Dann komm ich, John, bei dir. Ich versuche zumindest die vier Sekunden. Ach, du kannst doch bei mir, John. Ich kann euch überall absetzen. Ah, bist du im Heli? Oh, ja, baby. Das ist schon mal geil. Ich bin ausgestiegen! Aber dann bin ich eingestiegen. Hahaha. Woll! Da haben wir Nummer eins. Da ist noch einer. Okay, Nummer zwei auch da. Da ist ein anderer Heli. Ich glaube, da fliege ich jetzt einfach mal gegen. Warum kannst du machen? Da rennen zwei Christian. Von hinten. Von oben. Vom Dach aus auch. Oh Gott, überall Leute. Du wirst niemals überleben. Ich sage dir jetzt schon mal. So, zwei Leute habe ich weggemacht mit dem Raketenwerfer. Haha. Bram, fliegst du den Heli? Ja. Okay. Wo ist der? Wo ist der? Ganz oben. Da. Ich bin links. Oh, oh. Wo? 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 Wir müssen weg. Ja, dann lass mal abhauen. Die kriegen wir ab. Die kriegen wir ab. Die kriegen wir ab. Boah, Leute, ist uns vorbeigeflogen. Ist rechts von uns einer auch? Ja. Die kriegen wir ab. Auch nicht. WTF, ey. Ich habe keine Muni mehr. Von wo? Ja, auf dem Weg. Ich bin links. Hinter euch ist ein Tank. Ach so. Ja. Mach's doch mal weg. Was war hier denn? Einer. Ach, da sind wir. Beschützen. Zwei habe ich da weggekriegt. Da ist noch ein dritter oben drauf. Aber der versteckt sich gerade. Was war? Zeig dich doch, du Bitch. Also noch zehn. Sehr gut. Gürzlich. Da stehst du nicht uns. Nach dir kommen wir wieder ganz viel. Ach, der ist mittlerweile eingestürzt. Ach, schade. Ich hatte eine Premium-Aussicht mit dem Helikopter. Warte, was ist das da? Aua. Bisschen geschossen. Ach, minimal. So, ich kann ausschießen. Ich bin rechts. Das Boot ist da. Das Boot. Das kriegst du nicht kaputt mit dem Ding. Das ist zu stark. Raus. Wir müssen raus. Ach, scheiße. Man, das war ja wieder eine super Idee. Wir haben irgendwie so ganz viele Punkte wieder verloren. Heute steht nur noch bei D rum. Ne, ich stehe da nicht rum. Ich bin hier voll krass am Defenden, Junge. Sehr gut. Deswegen hast du schon einen Kill. Krass. Ja, immerhin. Ey, jetzt fahr das Ding noch nicht weg, du Arschloch. Wir haben D doch. Ach so. Ja, aber da kamen Leute an. Ja, das Gebäude ist eingestürzt, oder? Ja, das sieht ziemlich cool aus, wenn das passiert. Jaja, hab ich schon 5000 Mal gesehen. Äh, sind so Panzer-Amphibienfahrzeuge? Weiß ich nicht. So, Leute, zäh, 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 ne? Alter, voll Ground Zero hier und so. Dann komm ich, äh, dann fahr ich erst von A aus nach B. Ja, Peter, lass das jetzt einfach mal so scheiße stehen, ey. Ah, B gehört uns gleich. Müssen wir in den Schiffen. Fahr da doch um. Wuuu. Popsalla. Sniper'd, glaub ich. Na wer denn. Wo denn? Wir sind enemy Hill-Wennstun. Enemy Hill-Wennstun! Fack, bin down gegangen! Ja, Halli, sehr gut. Bleib mal am Überleben. aber du wolltest das fahrzeug ja nicht mitnehmen sehr schön stirbst du da jetzt gerade hat die 9 9 reingedrückt aber der konnte nix nichts können sie junge fresse kriegen sie peter schön stehen lassen da kommt der neuer kriegt ihr c dann fahr ich direkt weiter nach d ja wir kriegen c ist easy going hier einfach und fährst du weiter nach d ja das gehört uns nicht auf der anderen seite gehört uns ja alles habe ich gesagt ja die hat uns gerade noch gehört ja jetzt haben wir aber ein neues geholt ja toll wenn ich das alte beschützt hat dann schießt doch mal lieber nicht so viel labern dann schießt doch mal lieber hast du den typen gesehen jetzt schießt er doch mal kaputt es ist total bieten an oder was bleib stehen bleib stehen so der andere ist dann irgendetwas beschießt mich da gerade ich hab ja nicht einfach ich stehe hinter dir darfst du nicht fahren ja da ist so ein komischer panzer ich geh drauf steig aus steig aus ja genau ich fahren aua aua ja komm fick dich doch ey ich konnte nicht mehr referieren ja macht nix ich hab da ein bisschen was weg geholt zumindest den panzer auch und ich bin zwar welt anstatt aber auch jetzt wird gekriegt man nicht nur peter peter muss langsam schwimmen weil du bist der letzte ja ich hab's gesehen hier ist ja gar keine leiter ist die leute hat denn nix alles gut hier steht so ein tank unter dem ding ja da bei dir geht auch wieder die luci ab nur der selig kompon 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 nein ich hab ein bisschen zu spät geschossen nein nein wir sind da ist ein Gegner stehen bleiben peter okay ich glaube stehen da ich habe einen Daumen gemacht mach jetzt hier mal ein bisschen kaputt Hadi guck mal hinten geh rein und da müssen ein paar leute sein eigentlich oder oben da oben oberes stockwerk da ist auch noch einer aufzug kommt erster stock die versteckt sich ja ich kann nix machen das ding überhitzt ja da ist auch weg ich kann mich leider nicht bewegen du hältst du bastert ja mach nix bin auch schon oben aber nicht ganz oben da ist ein tank glaub ich schon ja da ist so ein tank markieren wenigstens noch der tank ist markiert ich schieße von oben auf den tank ich bin von hinten dran Null 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 Ok da kommt ein Typ die Tür rein wir verlieren B und A A? 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 A heUN Ich habe hier auch so ein gefährt gefunden wer mich da hins bringt A? A? A. A? 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 A A? 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 Bram, oh Gott. Aua, 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 muss ich hier weg, hab noch 9,5G. Tank, schieß auf uns. Scheiße. Der ist jetzt oben. Ja, no problem, Alter. Wir wissen, wie das läuft. Go, go, raus. Ja, nix da reparieren. Auch der Hadi muss sich reparieren, der muss drin bleiben. Alles klar. Boah, ich krieg's auch voll die Epileppis beim Reparieren hier gerade, aber... Wo ist der Tank? Epileppi, aber happy, Junge, du weißt ja, wie das läuft. Ey, cool. So, dann können wir mal kurz mit einnehmen. Fuck, ich bin gestorben. Loll, ich auch. Oh, oh, oh. Ich hab die richtige Diefnung. Bram, wir müssen nochmal zu A. Okay. Die Viper ist hinter dir. Oh, Bram, was war denn für ne Scheiße? Ja, ich hab überlebt. Ich auch. Mach mal. Ja, weil es jetzt auf uns draufgeschossen ist, wenn er jeden Fall mal Abwehr gemacht hat. Da ist direkt wieder ein... Hä? Nein, da. Hier ist ein Tank gespawnt, hier ist ein Tank gespawnt. A gehört uns, B gehört uns. B, B, B gehört uns nicht mehr gleich. Okay, B. Wee. Wee. Oh, ah, da war die Wand. Oh, Christian hat ein Tank, das ist geil. Von wo ist der denn jetzt gestorben? Ja, Bös, ich kann heute unten nicht helfen. Kann doch nur oben rumstehen und einnehmen. Ja, das reicht aber. Ich bin unten drin. Ich habe Augen auf ein hostile Vehikel. Geh nach links von deinem aktuellen Position. Hm. What the fuck? Sehr gut. Oh, dann machen wir mal einen Abstiecher nach D. Oh, nein. Ah, die machen wir die Schranke auf. Wie geht denn das? Da rechts ist so ein Ding. Das benutzen. Ja, einsteigen. Nein, einmal nur. Einmal drücken. Geht nicht mehr. Ehh. Und gib Gas. Ja, boah, toll, ey. Hadi, steck hier ein. Nächstes Mal steck ich da nicht mehr aus. Was ist vor allem Tankrennen hier? Ja, wir sind hinter euch. Zäh wieder, Obert. Loll. Zäh wieder, Obert. Stimmt, zäh wieder, Obert. Ich kann auf die nicht schießen, hier. Fahr, 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 fahr. Loll. Aua. Fuck. Fuck. Das ist Infanterist unter der Brücke. Auf Höhe. Egal. Ihr könnt doch nicht einfach an C vorbeifahren. Aber an C kann ich mit meinem Gefährt nicht viel tun. Aua, Alter. Davon ist was? Wir werden ja auch von allen Seiten mit Raketen geschossen. Muss eigentlich raus. Ja, bin raus. Ja, hab oben den Wichser fertig gemacht, ey. Einen, einen hab ich überflucht. Fertig gemacht hab ich ihn. Alter, was ist das denn jetzt für ne Scheiße? Der B gehört nicht, der Schlitter nicht mehr. Ja, na klar, ey. Das ist ein Besuch von bei B. Alter, geht die gerade ab, ey. Scheiß doch mal die Wand an. Fuck, ich bin gestorben. Panzer, Panzer. Ich begrüße sie. Nein. Zwei Leute. Okay, neues Ziel B. Ja, der braucht's nicht. B ist durch. Ja, ja, die ist trotzdem der Teste, wo wir spawnen können. Hör da, hallo. Und jetzt, jetzt nicht an C vorbei. Und wo sind hier Leute? Ich glaub, die sind auf den Dächern drauf. Ja, auf den Dächern können die keine Punkte einnehmen. Ups, falscher. So. Also. Na, dann gehen wir mal nach unten schwimmen, sagst du? Ja, klar. Was war das denn, war das ein Rocket Jump? Von mir? Ja. Weiß ich nicht. Hast du das in den Körper gemacht, oder was? Nee, du hast eine Rakete weggeschossen, als du ins Wasser gesprungen bist. Die sind ja tatsächlich auf den Gebäuden drauf. Das ist ja mal ultranervig. Ja, da machst du ja keine Punkte. Stimmt, okay, jetzt hier gehört uns. Weil ich hier mit 3, 4, 5 Leuten stehen da oben drauf. Das ist doch schön. Ich fahr ins Wasser rein. Ich fahr ins Wasser rein. Ey, das hat das Boot nehmen. Ohne Scheiß. Was für ein Boot. Ich fahr einfach im Heli. Oder so. Ich fahr bei D raus. Kann man auch tauchen. Ja, schon mit C. Also mit, mit Doku. Was, gleich mit bei C? Bei D? Fuck. Aua. Noll. Die Leute, die Leute, die will verlieren. Nee, hab ich den jetzt gespawnt. Fick dich, Wichser. Fick dich, Wichser. Medic. Ja, genau. Wir sind wieder da. Mein Spiel ist mal wieder abgestürzt. Zum 50. Tausendsten Mal. Ich bin, äh, wer pflicht den Heli? Ich werde versuchen zu spotten. Nee, Moment, den anderen Heli. Den dicken Heli. Alles mal. Ja, scheiße, Hadi. Wo sind wir denn hier reingejoint? Tja. Aua. Aua. Noll. Ja, ist doch glatt der Tank gekillt. Äh, so, da ist zum Beispiel der erste Heli. Den haben wir mal anvisiert. C wird übernommen. C wird übernommen. Warum, du musstest ihn abschießen können? C wird übernommen. Ja, äh, ich habe auch keine Muni. Achso, das ist natürlich schade. So, jetzt muss ich ihn wieder anvisieren. Jetzt. Ich bin wieder aus voll scheiße. Ja, es läuft cloaking. Der ist abgesprungen. Der dürfte auch zumindest fast im Marsch gewesen sein. Aua, aua, aua. Loll. Loll. Nein! Bramönen, jetzt bin ich gerade reingejoint. Ja, was soll ich denn machen? Ja, nicht sterben. Ja, das hättest du mir vor sein müssen. Das war nicht von Anfang an klar. Bei mir hat der Support gar nicht das Suchflamme irgendwie. Oder ist der Racken, der Racken. Achso. Boah, jetzt bin ich wieder nur Beifahrer, Alter. Bravo. Ja, die ewige Beifahrer. Aua. Au, fuck. Da sind einige Infantrisenbezüge. Ich bin fast am Strand. Ah, bomb. Ah, die Sniper, die funktioniert mit einem Ast. Weißt du, wenn die ihre fünf Kills dann machen? Weißt du, aber richtig ein Spiel gewinnt, tun die nicht, wie man sieht? Nee. Aber es ist gerade wieder eine relativ knappe Geschichte, muss man sagen. Christian hält die Stellung, finde ich sehr gut. Ja, ja, ich versuche hier, da, hinter dem Stein, ich habe einen markiert, vor euch direkt. Oh, fuck, links oben, links oben, zwei Leute. Leute, Alter, wie viele Leute hier sind? Bleib mir am Arsch, ich muss hier weg. Was hat die da eigentlich außer da rumstehen? Kannst du noch was machen, halt? Ja, was soll ich denn machen? Ey, hier ist Sack, im Heli können wir spawnen. Ja, war auch mal eine Mega-Främia-Milie. Ach so, jetzt geht es weiter. Der sitzt jetzt bestimmt irgendwo ab, wo wir dreißen können, hoffentlich. Ich werde versuchen, Sachen zu markieren. So, der sitzt jetzt über C ab. Genau. Ausgleichen. Alter, wie fliegt der denn? Wir sind Infantristen auch, ne? Aber da oben drauf ist einer. Scheiße, den konnte ich nicht mal mehr markieren. Auf diesem noch höchsten Ding, was da rumliegt, da liegt einer drauf. Wo Christian jetzt drunter ist, über dir ist einer. Geister, ich habe ihm nur zwei, drei Hits mitgegeben, dann hat er mich weggesnackt in die kleine Kostosischen Nürnke. Sehr gut. Oh, nice. Du bist jetzt gerade mit einem Abstandsferber, bist du. Flo, ich treffe dich nicht. Ich versuche keine Sachen, what the fuck. Alter, oh. Bei C sind so viele Typen zwischen den Steinen. C wird auch schon wieder eingenommen. Da steht da ein Schwick-Spot, ey. Alter. Alter, nüs. Ich muss wieder mehr Sachen sparen. Aber was spart man denn, wenn man bei C spawnt? Geht ja gar nicht klar. Ja, das ist voll und weit weg. Aua. Weit, weit weg. Es ist ... sie nur einer abschießen also ich hab so mega lext worden ist unser ziel ziel weiterhin segel bram ja da stehen 20 leute mehr ist okay ich wollte es nur wissen weil ich gerade davor stand wenn du mal besseres hast ich will das wie immer für Vorschläge öffnen aua 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 alter diese verwichsten Sniper die stinken so krass nach Manni boah ist das eklig ey der Geruch boah kotze kommt hoch darf nicht wahr sein ich hab wohl auch meine Rakete vorbeigefangen ne Mutter Junge kann's in der Granate schon in deinen Anus stecken du hast aber einen abgekriegt oder nur Töööö noch oh B D gehört jetzt au 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 aber D gehoben ist jetzt neus ich hab mir gefühlt dass hier immer noch Leute sind bei fucking C ja 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 da rennt immer noch welche rum da wird auch eingenommen gerade mein Gott diese verdammten Lutscher warum auf den Gebäuden die stehen überall auf den Gebäuden rum äh klar deswegen verlieren die auch so ich würde mal sagen eine Runde zu A äh D ach ja das Problem ist wir können nirgendwo spawnen ich kann nur bei A spawnen ja moment da kann er bei mir aussteigen würde Hadi steig mal ganz kurz aus bitte jetzt könnt ihr bei mir spawnen direkt auf D spot ja perfekt bei Hadi so dann machen wir das mal schnell weg klar 90 Punkte haben wir noch für nix du hast nicht mehr viel Leben Bram ne jaa 11 noch 10 mehr als ich brauche haha jaa ok ich bin tot jetzt bin ich weniger ich brauche aua 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 das werde ich nicht überleben nope wir teilen uns hier gerade als Squad auch wieder auf das ist nicht gut das ist echt nicht gut Hadi was machst du eigentlich spiel doch mal mit uns alter ich kill doch die ganzen Leute die hier in Krita ich hab zum Beispiel gerade einen gekillt der Krita Christian her gelaufen ist ah du hast 18 der hat mich gemessert ja dann geh mir nicht auf den Sack ich hab vier ich bin ja auch wieder ausgeflogen genau hm ich bin jetzt bei dir gespawnt das war 10 E gilt E gilt E gilt äh da ist Sonny Sonny ne ok E gilt uns ok E gilt uns ok dann C würd ich sagen mal wieder ok Aua mein Gott ach das ist das ist der fette Heli ja ich hab den markiert wenn er eine Rakete drauf schießt trifft die ich bin auch support äh ich bin support nicht ja gib mir noch äh 5 Meter ok 7 Meter fliegen ungefähr äh schwimmen ok du hast immer noch markiert ich hab nur noch 20 Leben ja ok und tschüss komm schon ha 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 nice one alter so jetzt hab ich noch mal ein Feuerwerk das war doch mal ein Feuerwerk da sind noch welche mal bei 10 da sind gerade ganz viele gespawnt im Wasser die kommen jetzt geschwommen zu C hoch ne der ist zu tief ja bam dieser auch weg der war zu tief Bram da geht richtig ab bei dir rein oh oh A wird da ober 16 Punkte noch ok lieber C obern Punkte machen der tank der da auf C schießt den markier ich nur ja double kill junge nice one Problems? no sir fuck jetzt hab ich ihn nicht gesehen diese Huren mich steh auf der anderen Seite der Mavuz darf einfach irgendwo hin und ihr verliert jetzt und zwar verdient vor allem also ich meine so schlecht ist es jetzt nicht du musst halt auch mal gegen die Sonne zielen wenn du da hinkommst aber du hast halt so keine Punkte einen haben wir noch ja sieh Junge gezählt Christian scheiß ich hab's die ganze Zeit probiert auch Punkte irgendwo zu machen aber ging nicht mehr schönes Entwälz mit uns Vieren so auf C rumhüppeln aber jetzt krieg ich natürlich nur dafür Punkte weil ich jetzt vor dem Absturz gemacht habe das finde ich frech scheiß Abstürze weil du vor dem Absturz gemacht hast? ja nach dem Absturz voll nämlich gut Job Christian und Bram ey ja ja ho der bescheuere Christian ja machen wir öfter das ist kein Ding bedankt fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal haut rein Leute